hallo und herzlich willkommen zum vortrag das greno phone ein videotelefon für senioren bei den tux tagen 2023 das ist eine aufzeichnung ich komme aber im schluss des vortrags noch per livestream dazu um eventuelle fragen von euch beantworten zu können solltet ihr im hintergrund übrigens immer wieder mal geräusche hören die irgendwie so nach entfernten donnergrollen klingen nein hier ist gerade kein unwetter sondern das taktische luftwaffengeschwader 74 aus neuburg an der donau macht nachtflugübungen und ulm liegt mitten in der übungsgebiet allgäu der vortrag heute der wird inhaltlich etwas anders als letztes jahr wir werden uns heute nicht nur den aktuellen entwicklungsstand anschauen sondern erstmal schauen was die kommerzielle konkurrenz so macht woran sie gescheitert ist bzw beziehungsweise woran sie noch scheitern wird wer etwas mehr historie und hintergründe zum greno von sehen möchte dem empfehle ich im nachgang die aufzeichnung meiner früheren vorträge anzuschauen die findet ihr unter diesem link hier auf der event seite im kanon von wiki die folien findet ihr nachher auch im wiki verlinkt also die folien für den heutigen vortrag den link und qr co den ihr gerade seht die kommen beide auch noch mal auf der schlussfolie ihr braucht also jetzt nicht hektisch euer handy zu zücken ja wer hat es erfunden nein nicht die schweizer sondern meine wenigkeit stefan bauer eigentlich bin ich geschäftsführer und gesellschafter der bauer itcs uge haftungsbeschränkt außerdem habe ich noch ein open source projekt namens to go an der in welcher ich mich gleich mehrere funktionen ausübe dann bin ich auch noch der erste vorsitzende der open remote computing association einem eingetragenen gemeinnützigen verein zu dem auch x2go gehört und nebenbei schreibe ich auch noch artikel für heise online ct das deutsche make magazin und seit neuestem auch noch für die südwestpresse ja und jetzt fange ich auch noch ein videotelefon zu bauen man könnte echt meinen mir ist langweilig einen rechtlichen hinweis muss ich noch anbringen bevor wir loslegen ihr seht schon in der kopfzeile dass wenn auch von ist ein eingetragenes gebrauchsmuster und steht parallel dazu unter einer cc bei nc sa lizenz das heißt nicht kommerzieller nachbau ist erlaubt und sogar explizit erwünscht aber wer es zu geld machen versucht ohne meine erlaubnis zu haben der bekommt rechtlichen arger also fangen wir an videotelefonie für senioren da gibt es doch bestimmt schon was von ratio farm naja nicht von ratio farm aber es gibt facetime whatsapp signal telegram und wie sie alle heißen alle nur ein schönheitsfehler man braucht ein smartphone bzw ein tablet und oder den computer so jetzt mal ernsthaft wem von euch reicht das um die ältere verwandtschaft mit videotelefonie zu versorgen ich glaube ihr werdet heute nicht hier und würdet mir zuschauen wenn euch das reichen würde die erste frage die man sich dann so stellt ist warum nimmt man eigentlich nicht ein fertig gerät nun richtige fertig geräte hier richtige videotelefone die kosten selbst gebraucht meist noch mehr als 250 euro und viele setzen noch irgendeine proprietäre verwaltungsinfrastruktur voraus und dazu haben sie viele tasten und sehen fürchterlich kompliziert aus also diese gerätekategorie wie man sie jetzt abgebildet sieht die könnte man mit fug und recht den senioren schreck nehmen als ich im november 2020 angefangen habe das greno von zu entwickeln habe ich mich natürlich umgeschaut was gibt es denn schon auf dem markt ja und damals gab es nur ein system was ansatzweise die gesuchten features hatte die entwickler damals haben allerdings auf ein android smartphone und auf whatsapp gesetzt und wollten die bedienung mittels rf id karten vereinfachen den ansatz sah ich vor allem bei dem preis modell als von vornherein zum scheitern verurteilt an das ding war nämlich viel zu billig für den zu treibenden aufwand und irgendwann so oktober 21 januar 22 kam es dann auch so zu wenig nachfrage support aufwand nicht leistbar produkt eingestellt elektroschrott nach nicht mal zwei jahren am markt ein ähnliches konzept mit rf id karten gibt seit november 22 also zwei jahre später auch von einem anderen anbieter der hat das problem die whatsapp update pop-ups nicht unter kontrolle zu bekommen gelöst indem man selbst entwickelte video telefonie hardware an video telefonie app anbietet die hardware ist aber auch hier ein herkömmliches tablet mit android bis in ios jedoch halte ich auch bei diesem anbieter das preismodell für nicht dauerhaft tragbar der hat nämlich im gegensatz und anderen unternehmen massiv geld von investoren bekommen wir reden hier von einem siebenstelligen euro betrag und vermutlich setzt er einfach darauf mit diesen geldern den verkauf oder die miete erst mal zu subventionieren und per dumpingpreis in markt zu kommen oder er hat halt massiv überschätzt wie hoch der bedarf ist in der folge wird er dann später die preise deutlich erhöhen müssen oder es knallt halt auch irgendwann bei ihm und der laden bricht zusammen naja gut vielleicht findet auch noch ein weiteres mal investoren und das spiel geht noch mal ein paar jahre länger für mich sieht es aber nach einer klassischen lassen zwar investoren gelder verbrennen nummer aus um meine grobe hausnummer zu nennen beide anbieter haben bzw hatten preismodelle die mit normalen handy verträgen vergleichbar sind handy sind massengeschäft da muss ich nichts oder zumindest nicht viel anpassen entsprechend kann ich dann mit günstigen preisen trotzdem auf eine vernünftige marge für mich kommen wir haben ja aber eine relativ kleine zielgruppe und einen hohen anpassungsaufwand und entsprechend ist es auf kommerzieller ebene nicht zu günstigen preis und gleichzeitig wirtschaftlich machbar das hat denke ich auch der dritte anbieter erkannt der mit seinem produkt noch gar nicht offiziell am markt ist der nennt daher auch noch gar keine preise meiner meinung nach macht das einerseits technisch besser als die vorgenannten weil er eben nicht versucht smartphones und tablet hardware die man alle paar jahre ersetzen muss weil sie keine updates mehr kriegen auf biegen und brechen zu einem videotelefon zu machen andererseits ist aber eben wieder eine komplett proprietäre lösung mit eigener app die dazu jetzt schon ansätze von feature it is zeigt die in dem versucht wird wie funktionen einzubauen die nichts mit videotelefonie zu tun haben wie terminerinnerungen notruffunktionen videoüberwachung etc und das ist meiner meinung nach zu nah am von unserer zielgruppe als zu kompliziert wahrgenommenen smartphone was nicht heißen soll dass man das nicht zum teil auch bei dem greno vor nachrichten nachrüsten könnte man muss die nutzer schrittweise an sowas ran führen und nicht von anfang an mit funktionen erschlagen und das thema videoüberwachung von wohnräumen ist eh ganz heikel selbst wenn der bewohner noch geistig in der lage ist sein einverständnis dazu zu geben musste ein entsprechendes warnschild an die haustür dass ein besucher weiß hier läuft eine videoüberwachung im hintergrund die ganze zeit mit etc pp dieses fass will man eigentlich gar nicht aufmachen und deswegen ist übrigens auch beim greno von die kamera immer automatisch abgedeckt sobald der höhere aufgelegt ist hinten gerade sieht nur demonstrator ist gar nicht verkabelt aber man sieht hier hinten das gästchen da sitzt die kamera sobald ich den hörer auflegt die kamera wieder abgedeckt zusammenfassend kann man also sagen videotelefonie für mit smartphone tablet und pc überforderte senioren ist und bleibt eine nische nischenprodukte sind nie billig können nie billig sein es gibt keinen skaleneffekt wie bei massenware somit gibt es auch kein tragfähiges geschäftsmodell von einem kommerziellen vertrieb weil entweder ist man zu teuer für den großteil der anvisierten und eh schon klein nutzergruppe oder die marge die man rauskriegen würde ist viel zu gering um ausreichend gewinn zu machen und den support und die weltentwicklung finanzieren zu können deswegen setze ich beim greno von von beginn an auf den anfängerfreundlichen selbstbau aus günstigen nachhaltigen und möglichst generischen komponenten auf offene und verbreitete standards auf offene protokolle und eben auf die community statt kommerz anfängerfreundlichkeit heißt der selbstbau muss auch für totale anfänger am küchentisch mit der laubsäge möglich sein kein löten keine werkstatt kein hobbyraum kein bastelkeller kein teures spezialwerkzeug notwendig grob 100 euro werkzeug kosten wenn man noch gar nichts davon daheim hat nicht mal den passenden schraubendreher günstige und nachhaltige komponenten da reden also von einem gehäuse aus spauholz die platten bekommen in jedem baumarkt wir reden von einem single board computer wie dem raspberry pi mit linux das hält eben alles zusammen deutlich länger als ein tablet mit android und ihr seht jetzt hier im bild dass die kanten der spauholz platten hier glatt und etwas gebräunt sind ja fürs prototyping benutze ich seit anfang des jahres in laser cutter weil es damit einfach schneller geht neue versionen zu testen die pläne sind aber nach wie vor darauf ausgelegt dass man alles von hand mit der laubsäge aussägen kann und das bleibt auch so es soll niedrigschwellig bleiben verwendung generischer komponenten darunter versteht man jetzt zum beispiel diese verschiedenen alternativen designs die wir haben wenn irgendwelche bauteile nicht verfügbar sein sollen in den bildern jetzt sieht man beispielhaft zwei lautsprecher von der marke visaton und wie man da drüber eine befestigung konstruiert nach dem prinzip versuch und fehler also linkes bild sieht man jetzt noch das von innen verschraubt die schrauben knapp zu lang waren dann hat man sich an der rückwand gepiekt weil die schraubenspitze rausgeguckt hat der nächste entwurf war dann das ganze umzudrehen so kleine halterungen auf die außenseite zu machen und von außen zu verschrauben hat auch nicht so wirklich funktioniert es wird alles ein bisschen fitzelig aber am schluss hat man doch eine halterung die auch von außen verschraubbar ist und gut hält hat hat mehrere anläufe gebraucht hier sind jetzt ein anderes lautsprechermodell von der firma waveshare und im linken bild da sieht man auch sehr schön dass der unterschied zwischen theorie und praxis in der theorie immer viel kleiner ausfällt die angabe dass die anschlüsse seitlich aus den boxen rausgeführt werden hat im plan gefehlt meistens geht es nach hinten raus bei denen jetzt seitlich aus und entsprechend muss ich halt auch da nochmal umkonstruieren wie sie dann live vor mir gesehen habe hat auch wieder mehrere anläufe gebraucht bis es dann halbwegs funktioniert hat und dieses lautsprechermodell das bekommt man nur dann sinnvoll verbaut indem man aussparung in den seitenwänden vorsieht und dann darauf wieder aufsätze schraubt das habe ich auch gerade hinter mir noch das modell schauen dass ich das so in die kamera kriegt dass man damit alles auseinander fällt dabei also hier sieht man es auch schon diese lautsprecher stehen hier am rand etwas über und das soll jetzt tatsächlich auch so sein das sind so eine kleine halten nase besser nicht nach vorne rausrutscht und zur seite auch nicht und diesen überstand an der seite den muss man dann halt über diesen kleinen aufsatz auf der seitenwand abfangen ich kann es mal hier zeigen hier ist die aussparung und hier ist dann der aufsatz dass das plastik dann einfach so zur seite raus steht so räumen wir das auch gleich mal wieder auf links im bild und gerade auch bei dem demonstrator den ich vor gezeigt habe da hat uns den ersten höherer gesehen mit dem angefangen haben ich bin auch gerade noch mal ins bild teilen weil ich noch nicht angeschlossen habe der hat also eine eingebaute usb soundkarte ist relativ günstig eigentlich für skype telefonie gedacht sieht man auch gerade an anderen enden einfach nur einen usb stecker problem bei dem ding ist der hat einige schlechte bewertungen auf amazon und kassiert dass er nach einem halben jahr intensiver nutzung kaputt ginge deswegen haben wir uns diesen anderen höher noch ausgesucht der demonstrator dran ist der ist also etwas massiver gebaut hat sondern etwas 50 60er jahre optik und sogar eine telefonspule drin das heißt ich kann mit dem an ältere hörgeräte ankoppeln habt ihr eine rein induktive koppelung also keine nebengeräusche mehr sondern ich kriege in das feldgerät in die verstärkt schaltung davon direkt das mikrofon vom telefon auf der anderen seite eingeklinkt der braucht aber wiederum eine separate usb soundkarte mit einem speziellen anschluss dieser sogenannte trs stecker also tipp ring ring sleeve was man eben auch an handys findet wenn sie noch eine klassische buchse haben um headset einzustecken und nicht bloß per bluetooth koppeln und weil das halt auch wieder ein umweg ist und ein konstrukt was man vielleicht nicht so einfach im laden kriegt und nachbauen kann gibt es auch noch den ansatz ein hörer auch komplett im selbstbau zu fertigen das seht ihr jetzt hier im bild das zweite bild von rechts zeigt das innenleben mit der sogenannten dynamischen hörkapsel und die sollte eigentlich auch in der lage sein ein hörgerät anzukoppeln muss ich aber noch testen da brauche ich irgendjemanden mit so einem passenden hörgerät wenn man sagen kann koppelt oder koppelt nicht wenn man das feature nicht braucht dann kann man noch einen kleineren und günstigeren lautsprecher verbauen das sieht man jetzt ganz rechts und in der detailaufnahme oben rechts für den gibt es dann so eine art adapter ring beziehungsweise man sagt hat das große teil gar nicht aus und dass das kleine loch für den kleinen lautsprecher ja warum treibt man diesen aufwand man braucht halt viele alternative designs und irgendwelche bauteile nicht verfügbar sein sollten wir haben jetzt zwei verschiedene höhere lieferanten einer davon sogar mit dieser optionalen unterstützung für höchgeräte via telefonspule wir haben zwei in arbeit befindliche selbstbau varianten für den höher wir haben jetzt vier verschiedene lautsprechermodelle von vier verschiedenen lieferanten ein fünftes ist in arbeit das wird dann auch von visaton sein dass da haben wir keinen neuen lieferanten oder keinen neuen hersteller dafür aber zumindest ein weiteres modell auf das wir ausweichen können wir haben zwei verschiedene verstärker von unterschiedlichen herstellungen für das klingeln und für das klingelgeräusch abspielen und für den freisprechmodus ein dritter verstärker typ ist in arbeit der macht noch ein bisschen probleme mit stöhrgeräuschen das reine klingeln brauche ich aber diesen verstärker nicht mal ich kann ein lautsprecherset was wir getestet haben auch zum abspielen von klingelton bringen dann halt nicht ganz so laut ist aber durchaus noch hörbar ist bloß freisprechen wird einfach zu leise damit ja eine der offenen baustellen beim gehäuse design das ist noch die kabel durchführung durch die rückwand und die notwendige zug entlastung wenn man am kabel hängen bleibt möchte man hätte das innenstecker aus der buchse rausgerissen wird und herkömmliche zug entlastung wie es jetzt oben rechts im bild seht die sind halt nur auf maximale wandstärken von drei millimetern ausgelegt das scheint so ein metallgehäusebau und plastik gehäusebau das übliche zu sein unser spauholz hat aber leider vier millimetern damit kann ich die alle nicht verbauen und die nächst größeren durchführung und zug entlastung die sind gleich mehrere zentimeter stark das sieht man jetzt unten rechts im bild das kriege ich halt auch nicht so einfach verbaut das heißt da muss ich dann auch irgendwas drum herum kasten und ich bin eigentlich schon am ende mit dem verfügbaren material was ich so noch irgendwo wegschneiden rausschnitzen kann und für sowas recyceln kann ja das ist das dilemma ich hatte daher die idee mehrere holztübel als zug entlastung zu verwenden durch die das kabel dann so s-förmig durchgeführt wird das sieht man jetzt rechts unten im bild deren oberfläche scheuert mir aber die kabel mit der zeit durch wenn es dumm geht was halt auch blöd ist dann habe ich kurzschluss da drin und es ist ein holzgehäuse brennt das womöglich noch muss alles nicht sein deswegen war der nächste zu sagen ja wir bleiben bei den holztübeln aber wir machen einen pvc schlauch so aquarienschlauch wie man es halt auch im baumarkt zum beispiel kriegt wo ich ja eh für die dübel hin muss drumherum und macht dann diese s-förmige kabelführung weil dann steuert nicht plastik an scharfkantigen holzteilen sondern steuert plastik an plastik und noch dazu und das sollte doch etwas langlebiger sein löst aber halt nur das problem das problem zug entlastung nicht gehäuse durchführung eine lösung für die eigentliche durchführung durch die rückwand wäre zum beispiel noch zwei pvc schläuche mit unterschiedlichem durchmesser der länge nach zu schlitzen und übereinander zu schieben mit einem 180 grad verdrehten schlitz dann jeweils und den schlauch dann genauso lang zu machen wie die strecke von stecker ende bis zur gehäuse wand ist vielleicht auch die schläuche miteinander verkleben sobald das kabel drin ist ihr seht im bild schon mal ich habe es hier auch noch mal um in die kamera halten also das sind wieder zwei solche aquarien schläuche mit unterschiedlichem durchmesser und die stecken jetzt hier ineinander und sind halt drei nach erst der eine um das kabel und dann der andere um den einen rumgestülpt und das jetzt vielleicht noch verklebt miteinander dann hat man eine relativ stabile verbindung und jetzt hier die gehäuse wand ist dann kann ich hier jetzt an einem kabel ziehen und siehenden fehler das vielleicht ein bisschen durch den schlauch aber der stecker geht halt ihnen raus das wäre also schon mal die lösung für das problem aber auch hier wieder das thema wie jetzt dann hier an der gehäuse wand weiter dass man nicht das kabel an der gehäuse wand selber dann aufgesteuert wird und da ist halt nach wie vor noch baustelle da ist noch hundschmalz gefragt da bin ich noch am tüfteln vielleicht auch mache ich auch noch mal ein ganz anderes konzept wie die kabel befestigt werden ich habe mir noch was überlegt mit kabelbinder innen im gehäuse vielleicht noch aber alles noch baustelle hirnschmalz gefragt ja da da hängt es gerade an der hardware noch am meisten ansonsten denke ich wäre mit der hardware fast soweit fertig dass wir jetzt mal ein zwei modelle hinstellen könnten und sagen könnten passt und jetzt kümmern uns um die software eine baustelle ist allerdings auch noch der cpu kühler weil wir haben gemerkt die kiste wird zu warm ohne komplett ohne kühler es gibt fertige kühlkörper für den pi 4 aber ich furchte so viel wärmer werden die auch nicht weg schaffen können die üblichen seht ihr jetzt hier rechts oben im bild es gibt noch einen hersteller den deutlich massiveren und größeren kühlkörper für den pi 4 anbietet müsste ich also auch noch testen ob ich den da irgendwie reingequetscht kriege auch da plane ich aber auch schon eine eigen konstruktion und zwar aus kupfer statt aluminium kupfer ist zwar teurer leitet wärme aber besser und es lässt sich ebenfalls mit der laubsäge bearbeiten und nachträglich auch noch biegen das kann ich mit alu alles nicht alu ist spröde das bricht wenn ich es biegen versuche nachteil beim kupfer ist wiederum kupfer leitet wärme zwar besser als alu aber alu gibt sie wieder besser an die umgebung ab vielleicht muss man also eine lösung finden die beides kombiniert also kupferplatte auf die cpu und dann irgendwo an die seite wo ich mehr platz für den kühler habe und da einen großen kühler und dann muss die wärme von der cpu über den kupfer träger an den alu kühlkörper an der seite oder so was das kann man machen wenn man ein wärmeleit klebeband findet was nicht elektrisch leitend ist dann könnte sowas funktionieren und sowas gibt es zum glück auch ist wieder die frage wie gut es verfügbar ist teuer ist es nicht mal weil man es nicht direkt aufeinander kleben kann ist jedem klar da ein bisschen in physik und chemie aufgepasst hat zwei metalle unterschiedliche wertigkeit wenn da irgendwie feuchtigkeit rankommt dann fängt das an zu korrodieren das will man nicht haben weil dann bricht einem irgendwas davon einfach so ein krümelchen ab das habe ich tatsächlich mal in der ddr also in der ex ddr installation elektroinstallation erlebt da waren sogenannte alkoholkabel kabel ist eine kombination aus aluminium und kupfer und knackpunkt dabei ist dass man die enden sauber luftdicht verschließen muss mit mit so einer art paste oder sowas bevor man sie in die entsprechende steckdose oder schalter einsetzt haben die damals sich gespart haben sie nicht hergekriegt keinen bock gehabt keine ahnung gehabt weiß der jahrzehnte ran soll die steckdose raus machen wenn man das zimmer neue tapezieren oder mal streichen wollte damals und mir fällt dieses ganze kabel im krümel entgegen also da habe ich schon die lektion gelernt dass man alu und kupfer definitiv nicht so ohne weiteres kombinieren will die thematik mit der kühlung ist übrigens auch der grund warum ich vom raspberry pi 5 abstand nehmen den gibt es ja mittlerweile aber der ist halt nicht nur teurer nein er bietet auch keine hardware beschleunigung mehr vor den von uns verwendeten video codec an die raspberry pi foundation sagt jetzt nämlich die cpu vom pi 5 ist schnell genug um das alles in software zu machen ja ist er auch aber der pi 5 wird eh schon deutlich warmer als seine vorgänger und wenn jetzt noch video encoding und decoding dazukommt dann überhitzt er ratzfatz und fängt dann an zu drosseln was dann zu stotterndem video führt was wir natürlich nicht haben wollen die abhilfe dagegen werden wieder noch größerer kühler und oder eine aktive kühlung per lüfter deswegen gibt es auch im offiziellen shop die hier abgebildete kühlkörper lüfter kombination zu kaufen aber noch größere kühler geht bei uns aus platzgründen nicht und aktive kühlung will ich da eigentlich nicht drin haben weil das ist wieder mechanischer kram der kaputt gehen kann und das ding soll ja möglichst störungsarm längere zeit laufen können übrigens noch ein pro tipp für alle die sich aus anderen gründen pi 5 zulegen wollen wenn man das offizielle gehäuse im offiziellen shop kauft da ist bereits ein anderer kühlkörper mit lüfter dabei dieser separat erhältliche der auch aus dem offiziellen shop stammt und den ihr hier auf dem foto seht der passt nicht in das offizielle gehäuse also macht da nicht einen fehler kauft da nicht beides entweder habt ein anderes gehäuse wo der kühler passt dann nehmt den und das andere gehäuse oder nehmt das offizielle gehäuse braucht ihr nicht noch extra kühler und lüfter mitbestellen ja dann hatte ich als weiteren wichtigen punkt ja die verwendung offener und verbreiteter standards und offener protokolle genannt was heißt das das heißt man ist nicht auf eine spezielle app oder ein bestimmten endgeräte typ festgelegt linux als betriebssystem vereinfacht die pflege und die updates ein video fähiger zip client den brauchen wir natürlich auch noch das wird vermutlich bare zip oder lin phone werden und dann brauchen noch irgendeine vpn lösung wahrscheinlich open vpn oder wireguard eventuell sogar tor da müssen wir noch genauer gucken für was wir uns entscheiden tor mag an der stelle ungewöhnlich klingen aber es gibt tatsächlich mittel und wege die latenz im tor netz soweit zu senken dass es für videotelefonie reichen könnte weil es das nicht klappt wer tor zumindest für die fernwartung hilfreich weil ich dann keine portverwartung sind irgendwelchen routern konfigurieren muss oder so aber ganz grundsätzlich wer will kann auch von seinem android handy oder iphone aus ein gönner phone anrufen er muss sich entsprechend einfuchsen wie er dort das vpn eingerichtet kriegt sein familientelefon netz zu kommen und er muss sich entscheiden welchen video fähigen zip client er nutzen will um damit dann die telefonie auf seinem handy zu starten komm juni was ja das ist der punkt der wirklich schmerzt ich habe seit april 2022 die mailing liste sie hat gerade mal 14 subscriber seit oktober 2022 ist das greno von auf twitter jetzt haben wir 100 follower dabei mittlerweile auch nicht gerade viel und seit oktober 2023 letzten monat sind wir auf bluesky diesen twitter konkurrenten von ehemaligen twitter gründer da habe ich gerade mal vier verloren und mastodon fehlt mir gerade noch die zeiten separaten account zu bespielen ja seit dezember 2022 gibt es auch eine go fund me seite mittlerweile haben wir 1075 euro von benötigten 5000 euro beisammen das also auch nicht gerade viel was da bisher zusammengekommen ist und ich höre immer wieder dass das greno von eine tolle sache sei aber mitmachen im sinne von selbst hand anlegen das wird irgendwie so gut wie keiner und auch die bereitschaft sich finanziell zu beteiligen hält sich doch stark in grenzen als fertig produkt zum kaufen da würden es die leute haben wollen aber natürlich nur billig und somit kann ich sagen das problem ist also mal wieder die konsum gesellschaft dann war ich vor kurzem mit dem greno von auf der größten maker fair deutschlands das sollten wir eigentlich erwarten dass man da auf maker trifft ja gut man auch aber wir haben alle schon mit ihrem eigenen projekt genug zu tun und keine kapazität mehr frei oder sie haben 12.000 unfertige projekte auf dem schreibtisch und das greno von mir halt projekt 12001 das auch ewig nicht fertig wird und ich weiß das klingt pessimistisch und ja das ist es auch aber wie heißt so schön pessimisten sind optimisten mit erfahrung und pessimisten können nur angenehm überrascht werden vielleicht liegt mit meiner einschätzung auch falsch und einer von euch möchte in irgendeiner form mithelfen vor allem für das drumherum also das wiki die social media geschichten et cetera wäre es halt toll wenn jemand mitmachen möchte aber auch spenden sind gern gesehen den spenden link den ihr hier seht der kommt auch auf der letzten folie noch mal also auch da keine hektik und ein schönes erlebnis von der maker fair war dass eben appen der geistige vater von raspberry piers an meinem stand vorbei geschaut hat und das projekt gelobt hat er hätte in seiner vereinschaft selbst bedarf für so ein gerät speziell für den höheren mit der koppelspule für die höheren geräte leider hat sich da im nachgang nichts mehr getan ich warte bis heute auf eine rückmeldung von ihm ob man das greno von flatman im raspberry pi block featuren könnte ein anderer maker fair besucher empfahl dagegen das projekt online bei hackaday vorzustellen und damit hatte ich jetzt gleich zwei anlässe doch mal englischsprachige zusammenfassung zum projekt zu schreiben ja und kaum hatte ich das gemacht hat hackaday tatsächlich ein kleines feature über das rennophon rausgebracht als die seite fertig war spenden kamen darüber zwar bis heute auch nicht zustande aber es ergab sich den kommentaren zu dem hackaday feature eine sehr fruchtbare und interessante diskussion vor allem mit dem indirekt betroffenen er hat einen demenzpatienten in der familie ja und unsere höhere mit hörgeräte koppelspule daten da ist ja einem älteren amerikanischen telefonhörer nachempfunden und der anbieter dieses hörers der bietet auch ein komplettes telefon in dem stil an ja siehe da auf dingiverse findet sich ein sehr ähnliches modell zum 3d druck und wenn es also wirklich so kommt wie von diesem betroffenen beschrieben dass selbst das greno von zu abstrakt und zu neu für den demenzpatienten wird dann können auch dieses gehäuse dank des thingiverse modells noch mehr wie ein altes telefon aussehen lassen man musste natürlich einiges an anpassungsarbeit reinstecken man muss die gabel beweglich machen die in dem modell einfach ein fixes plasteteil ist man braucht eine neue kamera halterung und man braucht dann halt auch zwingend 3d drucker und 3d druck service irgendwo abgehen würde prinzipiell auch das ja dann begann letztes jahr im august der test test contest 2022 früh ist das noch baublinger wettbewerb der stadt ulm gipfelte dann in einer live veranstaltung ende november 22 und im nachhinein muss ich sagen außer späßen nichts gewesen und massiv zeit verbrannt die ich besser in die entwicklung gesteckt hätte knackpunkt bei diesem event war nämlich den publikumspreis gewinnt nicht die beste idee sondern der der die meisten connections hat also über sportverein sonstige gruppen mitgliedschaften etc die meisten leute motivieren kann per sms für ihn zu stimmen das war also sowas wie deutschland sucht den superstar nur für verrückte erfinder zum glück hatte ich wenigstens bereits das gebrauchsmuster angemeldet sonst wäre das durch die teilnahme nämlich auch noch flöten gegangen ja gut man kann noch sagen das war über video was wir gedreht haben das pitch video das ist noch ein nettes netter nebeneffekt davon gewesen das haben wir bis heute aber ansonsten wirklich außer späßen nichts gewesen deswegen habe ich mich auch etwas gescheut die software komponente des greno phones beim prototype fand anzumelden software kommen deswegen weil prototype fand nur software fordert keine hardware und auch das sieht wieder nach viel aufwand bei geringen gewinnchancen aus außerdem bräuchten wir das funding eigentlich so gut drei vier monate früher als es durch den fund ausbezahlt wird und man muss auch noch für mindestens einen präsenztermin nach berlin fahren hat also wieder massiv zeitaufwand fahrtkosten hotelkosten infektionsrisiko etc ich habe es jetzt schweren herzens doch mal durchgezogen vor allem weil ich einen programmierer in der hand habe der mich da gerne unterstützen möchte wenn die kohle halt stimmt und deswegen schauen wir jetzt einmal was dabei rauskommt ende november wissen wir dann hoffentlich mehr damit sind wir am ende des vortrags angelangt ich hoffe ich konnte ein bisschen ein einblick in die entwicklung eines seniorentelefons vermitteln und vor allem auch einen überblick über die schwierigkeiten die man dabei so hat ich bedanke mich für das interesse stehen gleich für fragen im live chat und live stream bereit und kann dann auch noch den ein oder anderen prototyp noch mal genau in die kamera halten um dinge im detail zu zeigen oder zu fragen haben bis gleich